also leute hier mal die habe heute mal die ersten probesachen aus meinem shop gekriegt hoodie mit logo in grau top qualität wirklich für das geld kann man nichts sagen super druck echt klasse dann habe ich mir auch mal zwei mauspids machen lassen einmal das von der marie am strand und einmal der sie als engel auch wirklich super klasse druck wie man sieht rückseite rutschfest wirklich klasse auch hier super qualität kann man nichts sagen dann damit ich auch immer was habe wo ich mein kaffee draus trinken kann die tasse auch wirklich klasse finde ich sieht super aus auf dem hochglanz schwarz